Hallo, ich bin der Manfreda aus der Südoststeiermark und suche eine ganz liebe Frau. Bei Traumfrau sollte er auf jeden Fall relativ schlank sein, natürlich kein Besenstank, dass er abbricht, wenn man um die Kurven geht oder der Wind verwahrt, entschuldigen liebe Frau, ist nicht best genannt, längere Haare sollte er schon haben bis zum Becken, aber das ist mir komischerweise wichtig, schöne lange Haare, 1,75m bis 1,80m darf es schon sein, weil es schaut ja dann witzig aus, wenn man Sport macht und dann hast du einen Zwergerl und ich bin der Tochter, 1,2,8,5, ich hätte gerne eine süße Italienerin oder eine Amerikanerin, naja, eine Südeuropäin ist eine rassige Frau, finde ich, oder einheimische natürlich sowieso, also ja, ich bin da nicht so voreingenommen von der Nationalität und sie soll so ein verrücktes Hund sein wie, das wäre das allerbeste. Wenn wir beide ein bissel am Sitzen haben, auf Deutsch gesagt, dann versteht man sie auch gut. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, diese eine, diese kleine. Manfredo, was haben Sie beruflich gemacht? Also ich war Balletttänzer, Schauspieler, Musicaldarsteller in meinem Leben und jetzt bin ich ein glücklicher Pensionist. Ich habe sogar beim Musical Elisabeth mitgespielt, verschiedene Rollen, ein Lagain, ein Hofdiener, dann ein Kardinal, ein Tanzenten. Diese bunten Hemden sind wieder in und da ich doch ein bisschen nach der Mode gehe und da sehr eitel bin, was das anbelangt. Und die schon in Italien früher herrosten waren wie bei uns in Österreich, habe ich es natürlich gekauft, weil es kommt in der Mode immer wieder alles zurück, nämlich die Hawaii-Hemden, die Hawaii-Hosen, aber hoffentlich nicht diese komischen karierten Hosen, die es früher gegeben hat mit den Schnierl da vorne, die waren grauslich. Finden Sie, dass Sie ein fescher Mann sind, Manfredo? Ob ich fesch bin? Na ja, Eigenlob stinkt, also sage ich lieber nichts dazu. So ist ja jeder selber das Bild machen, finde ich. Das ist am gescheitesten. Aber es gibt ein Foto von Ihnen, da liegen Sie so als junger Mann. Na servus, Manfredo. Also ich war jetzt einmal sieben Jahre zusammen, das ist dann in die Brüche gegangen, so das verfliegste siebte Jahr. Dann habe ich eine zweite Beziehung gehabt, die war dann vier Jahre. Da war ich auf Tournee, das ist natürlich ein Problem, wenn die eine Hälfte in Wien sitzt und die andere Hälfte in Japan sitzt hier im Monat. Und so ist es passiert. Dann war es zu Ende. Ich bin nach Hause gekommen und war alleine. Also manche Leute am Land glauben schon, dass ich schwul bin. Das kommt aber daher, dass ich mich einmal geschmeidiger bewege als ehemaliger Tänzer und das heute noch bin. Also ich bin, sagen wir mal, eine Bauarbeiter oder was, der aber schwer heben muss und so. Nein, der kann sich nicht so geschmeidig bewegen. Das ist schon richtig. Haben Sie auch mal mit Männern geliebäugelt? Nein, eigentlich nicht. Die Männer haben mit mir geliebäugelt. Das ist aber, das ist im Palett ganz normal, dass man eben von einem Paletttänz oder einem Musical halt einmal einen Popo-Klatsch kriegt. Ja, aber den kann man leben, mein Gott, nein. Ich habe eine englische Bulldogge, die heißt Maxi. Maxi ist ein Faulistchen. Wir gehen da in die Blumenwiese, nicht nach Hause, Schatzi. Also das darf ja nicht wahr sein, was das für ein Vaterhund ist. Das heißt, ein fauler Hund. Jetzt steht er da wie eine Prock und rührt sich nicht. Na komm, Schatzi. Geh mal Blumenwiese gucken, komm. Also leider haben wir die Corona-Zeit. Ja, ich bin jetzt neugierig, wie das mit dem Verlieben werden wird. Maske, Abstand halten. Geht wird alles, wo ein Willi ist dein Weg. Aber natürlich alles mit Abstand zur Zeit. Das heißt, wir haben sehr wenig Kontakt zu den Nachbarn. Dass man aber ein bisschen auf die Nachbarn Aufmerksamkeit macht. Singe zum Beispiel, so wie alle anderen, am 18 Uhr ganz einfach frisch und fröhlich aus dem Fenster. Spanische Orangen, süß wie Walaga Wein, gab sie mir und die Nacht war blau und wir zwei allein. Schwamische Orangen, so süß wie Wein, aber noch viel süßer sollen ihre Küsse im Orangenheim. La, 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 la. Aufmerksamkeit ist für die Nachbarn. Na, la, 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 la. ARD Text im Auftrag von Funk